Heute bei Wirtschaft habe ich gelernt, wie man ein Geschäft allgemein aufbauen kann. Also wie es eigentlich so hinter den Kulissen aussieht, wie man umgehen muss mit Gewinnen und Verlust. Und auch wie andere die Geschäfte zum Beispiel aufbauen, das eigentlich immer alle unterschiedlich machen. Ich habe sehr einen guten Eindruck von dem Simulationsspiel, das die Schüler gespielt haben. Sie waren hochmotiviert, so eine Unternehmung einmal zu führen. Sie haben ganz viele neue Funktionen kennengelernt, die man berücksichtigen muss, wenn man so eine Unternehmung führt. Man muss vernetzt denken können. Und ich glaube, dass das für später viel bringt. Ich habe sehr guten Eindruck von dem Planspiel. Die Schüler haben sich gut darauf eingelassen. Sie haben wirklich angefangen, miteinander zu diskutieren, über die Sägerei, was sie als Nächstes investieren sollen. Sie haben gemerkt, es ist vernetzt. Also wenn sie irgendwie den Preis anpassen für ihr Produkt, dann hat das nachher auch einen Einfluss auf ihre Einnahmen usw. Also sie haben wirklich vernetzt angefangen zu denken und haben viel miteinander diskutiert. Ich habe einen sehr guten Eindruck. Ich finde Wirtschaft & Tech sehr spannend, weil man lernt sehr viel, was man sonst nicht lernen würde. Und auch sehr viel, was man sonst im späteren Leben noch gebrauchen kann. Ich finde das eigentlich eine gute Sache.